Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 27.500 US-Dollar, ordentlicher Abverkauf zum Montag hin und dann heute Nacht auch nochmal in unsere grüne Box leicht eingetaucht. War es das jetzt möglicherweise mit dem Abverkauf oder gehen wir möglicherweise sogar noch tiefer Richtung 25.000 US-Dollar? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen, außerdem blicken wir mal kurz auf Ethereum und auf den Goldpreis auch nochmal ganz kurz. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News oder sonstiges, kommt da gerne rein. Gestern kleines Signal noch gegeben, dass ich einen Long eröffnet habe bei 27.700, der läuft immer noch, nachdem der andere Long davor mit Take Profit 1 dann auf Stop-Loss-Entry ausgestoppt wurde. So, und jetzt würde ich aber sagen, genug Eigenwerbung oder sonstiges gemacht, wir gehen direkt rein, wie gesagt 27.500 oder 27.600 US-Dollar traden wir momentan. Wir sehen, wir haben nochmal einen leichten Abverkauf in die Region um 27.200 US-Dollar bekommen. Das heißt, wir haben diesen Schatten, den wir hier drüben sehen, ich verschiebe das mal so ein bisschen, fast auf den Dollar genau gefüllt. Das heißt, die Liquidität, die hier lag, ist jetzt erstmal mal vom Tisch. Wir haben eine kleine Gegenreaktion sofort bekommen, volumentechnisch war das jetzt nicht wirklich sonderlich schön, aber wir haben eine erste Gegenreaktion bekommen und momentan, muss man auch dazu sagen, wir sind übergeordnet weiterhin in einer größeren Seitwärtsphase. Also, wir haben, es hat sich die letzten Tage eigentlich nichts geändert. Klar, wir haben immer noch dieses, in Anführungszeichen, Head-and-Shoulders-Chart-Pattern, was jetzt wirklich ugly aussieht, mit eher so Mittelfinger-Pattern. Wir haben hier, 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 also ihr seht schon, was ich meine hier. Aber der Downtrend ist natürlich hier kurzfristig zumindest noch in Gange. Also, daran hat sich nichts geändert. Wir müssen auf jeden Fall diese Zone hier halten um 27.000 US-Dollar, um, sag ich mal, den Abverkauf auf ungefähr 26.300 US-Dollar erst einmal zu vermeiden. Ich erwarte heute erst einmal vielleicht so eine kleine Gegenkorrektur zumindest mal nach oben. Ich habe gestern eigentlich schon damit gerechnet, deswegen auch die Long-Position. Zumindest mal, wenn wir uns jetzt hier das FIP-Level ziehen, dass wir hier in den Bereich der 28.400 US-Dollar kommen, das Golden Pocket hier zumindest mal testen. Nicht mal das haben wir gestern getestet, muss man auch dazu sagen. Wir sind gestern nicht mal knapp ans 0,5er gekommen. Plan war gestern Golden Pocket, deswegen die Long-Position. Dann die Position wieder, ich sage jetzt mal, so 50% schließen. Eine Short-Position aufmachen, wir sind gar nicht erst da hochgekommen. Der Markt ist einfach komplett irrational gestern gewesen. Absolut bearish. Hat natürlich auch damit zu tun, dass Bittrex, also auch eine Börse, ist wahrscheinlich bei vielen unbekannt da draußen, aber ich glaube, die wenigsten haben das genutzt, pleite gegangen ist, haben Insolvenzverfahren angekündigt. Oder, ja, machen Insolvenzverfahren gerade, was ich so in der Telegram-Gruppe mitbekommen habe. Hat natürlich dann für den Kurs auch nochmal so ein bisschen negative Schlagzeilen gehabt, aber trotzdem übergeordnet hat sich an dieser Gesamtsituation, momentan zumindest, überhaupt nichts geändert. Ich habe ja schon im Wochenausbild gesagt, ich weiß nicht so genau diese ganze Woche, wie die so wird. Tut mir ein bisschen schwer. Stocks eher ein bisschen down, jetzt auch Bitcoin ein bisschen down. Aber wie gesagt, wir haben erst Dienstag, ganze Woche steht im Endeffekt noch vor uns. Jetzt gehen wir mal in die kleineren Timeframes rein, schauen uns das mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Timeframe an, was sich hier so getan hat. Auch hier volumentechnisch. Klar, wir hatten jetzt hier nochmal so einen Volumen-Peak, sage ich mal, nach unten hin. Aber ansonsten, so richtig Abverkaufsdruck kam da wirklich nicht rein. Wir haben viele, viele Long-Positionen liquidiert. Gesehen, also war auch schon in der Telegram-Gruppe, glaube ich, dass da, glaube ich, 70 bis 100 Millionen Longs liquidiert wurden. Natürlich hier dieser Wig, der damals ziemlich aufgekauft wurde, hat dafür auch gesorgt, dass wir nochmal einen deutlichen Abwärtsdruck nach unten hinbekommen haben. Man muss aber auch dazu sagen, so langsam aber sicher könnte es sich jetzt hier erstmal so eine kleine, zumindest vorübergehende Bodenbildung einstampfen, zumindest für den Bitcoin-Kurs. So ein tieferes Tief halte ich nochmal für möglich, für die 27.260 vielleicht nochmal anzutippen. Aber ansonsten wird es jetzt ganz wichtig sein, wie verhalten wir uns bei den 27.900 US-Dollar. Hier haben wir im Endeffekt dieses letzte, sage ich mal, signifikante Hoch von diesem Abwärtstrend. Kommen wir da drüber und schließen wir vor allem da drüber, dann sieht die ganze Sache schon wieder besser aus. Und da können wir auch eine Erholung sehen, wie gesagt, in dem Bereich der 28.400, 28.500 US-Dollar, dort, wo unser Golden Pocket im Endeffekt liegt. Und da, finde ich, ist dann die Entscheidung drinnen, ob wir weiter tiefer gehen oder ob das alles nur so eine kurze, knackige Korrektur war, um auch die ganzen Longs auszuhebeln. Weil man muss auch dazu sagen, die Funding-Rates sind alle schon wieder deutlich, deutlich negativ. Das heißt, viele, viele Leute sind schon wieder short. Das spricht eigentlich schon wieder dafür, dass wir zumindest heute, vielleicht morgen zumindest mal eine Erholung sehen. Dann stehen die VPI-Daten, dann stehen die Erzeugerpreise an. Also es kommen diese Woche noch einige Daten, die den Kurs natürlich dann auch nochmal beflügeln können oder genau in die andere Richtung drücken können. Also einfach jetzt momentan ein bisschen abwarten. Bullish Divergence haben wir momentan eine kleine auf dem 1-Stunden-Timefilm, die sich jetzt noch nicht so wirklich ausgespielt hat. Also wir müssen gucken, wie verhalten wir uns an den 27.970. schließen wir drüber. Bullish, dann nächster Step 28.4. Kommen wir auch da drüber. Dann, okay, war das vielleicht alles so eine Korrektur und wir können wieder Richtung 30k. Kriegen wir aber die Reaktion schon bei 27.9 oder bei den 28.4 im Golden Pocket. Sieht die ganze Sache deutlich bearischer aus, weil dann haben wir den bearischen Retest und dann können wir einfach nochmal eine ordentliche Ladung tiefer gehen. Und dann würde ich mir auch überlegen, ob ich hier nochmal einen Short-Entry eingehe. Gut. Jetzt machen wir es erstmal zu Bitcoin. Ich würde sagen, wir gehen rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Ethereum muss man sagen, letzte Woche ordentlich nach oben geballert, hat aber auch dann genauso ordentlich wieder schnell verloren. Auch hier momentan in einem kleinen Abwärtstrend gefangen. Aber wenn man es hier schon auf den ersten Blick, wenn es denn manchmal Trading-Through, ihr kennt es ja, sehen wir, okay, wir sind in einem Abwärtsstrudel, sage ich mal, so ein bisschen gefangen. Sieht aber auch so ein bisschen aus wie so ein Falling Wedge momentan. Kann man zumindest so ein bisschen deuten. Das Einzige, was mich hier eben nicht so gefällt und das ist auch eben das, was wir eben gerade bei Bitcoin nochmal besprochen haben mit den 27.263. Wir haben hier einen ordentlichen Schatten nochmal oder wieder gebildet in dieser potenziellen Einstunden-Demand-Zone, die wir hier auch noch in diesem Bereich haben. Das heißt, Ethereum hat nochmal das Potenzial, hier runter zu kommen, 1.811. Hier würde ich mir dann auf jeden Fall einen Entry bei ungefähr 1.815. Kurz vor eben diesem WIG suchen. Wir sehen das Volumen hier deutlich, deutlich zugenommen. Das heißt, eine Menge Stop-Losses liegen hier drunter, die wahrscheinlich jetzt schon auf Entry sind. Das heißt, Fahrplan für Ethereum spricht eigentlich nochmal für ein tieferes Tief. Nochmal ein bisschen tiefer in die Einstunden-Demand-Zone eintauchen und dann, sage ich mal, mit einem doppelten Boden nach oben hin ausbrechen. Ziel erst einmal für mich die 1.900 US-Dollar-Marke, auch weil wir hier oben eine Einstunden-Supply-Zone haben. Wir haben hier oben eine schöne Ineffizienz. Das heißt, die Struktur würde es hergeben, dass wir hier erstmal so einen Retest sehen. Dann ziehen wir uns gleich nochmal das FIP dazu. Von unserem gesamten Abwärtstrenner sehen wir auch, okay, das 0,5er liegt hier auch und das Golden Pocket dann bei der nächsten Einstunden-Supply-Zone hier oben bei den 1.940. Aber für mich persönlich, also Long hier unten wäre perfekt. Ansonsten Short-Entry dann eventuell suchen zwischen 1.950 und ungefähr 1.940. Das sind so ein bisschen jetzt die Short-Areas, die ich mir bei Ethereum rausgesucht habe. Müssen wir aber, wie gesagt, noch ein bisschen abwarten. Wie gesagt, Long-technisch gefällt mir Bitcoin eigentlich jetzt momentan besser. Ethereum würde ich sagen, nochmal eigentlich ein deutlicher Rücksetzer. Was heißt so, ein deutlicher Rücksetzer, 30 Dollar, aber ein deutlicher Rücksetzer eigentlich hier nochmal drunter, um die Stop-Losses zu killen und dann mit einer schönen Aufwärtsbewegung zumindest die 1.900-US-Dollar-Marke anzugreifen. So, dann habe ich euch ja noch versprochen, wir gehen noch ganz kurz rüber zu Gold. Gold verhält sich erst einmal so, wie wir es im Wochenausblick besprochen haben. Ziel weiterhin hier oben, die 2033, beziehungsweise 2050. Also auch hier muss man sagen, die Korrelation zwischen Gold und Bitcoin ist gestern deutlich, deutlich zurückgegangen. Natürlich Bitcoin abverkauft worden, Gold hält sich stabil. Und wird die nächsten Tage auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend werden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz zu den News. Digitaler Dollar, Gouverneur von Florida dagegen. Nicht nur der, ich glaube, wenn alle Leute, die sich damit auseinandersetzen, sind dagegen. Aber finde ich schon mal gut, dass wenigstens einer hier ein bisschen mehr hören hat. Gut, dann würde ich sagen, was ist von meiner Seite. Später kommt noch ein kleiner Presale, beziehungsweise kleiner, ja, Meme-Coin. Ja, schauen wir mal, ob es Meme-Coin ist oder was ihr dazu sagt. Kommt später auf jeden Fall noch online heute Nachmittag. Und dann würde ich sagen, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt für News, Updates und Signale. Kommt da gerne rein. Und ich würde sagen, wir hören uns dann später wieder. Wünsche euch einen guten Start in den neuen Handelstag. Schauen wir mal, was Bitcoin, was Ethereum heute für uns bringt. Und dann war es das von mir. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stick.